Eine halbe Ewigkeit ist es her, dass ich das letzte Mal die sechste geheime Welt in Poliwish gespielt habe und anscheinend ist diese wirklich crazy. LOL. Guckt euch mal das Auto an. Alter, das ist ja crazy. Doch heute stellt sich endlich wieder die Frage, wird mein Intelligenz vor 10 Flusslevel ausreichen oder ist das Level schlauer als ich? Ich hab mir das noch nicht angeguckt. Ich bin sehr gespannt. Was ist das denn schon wieder? Oh, nein! Wir haben nur 5 Straßen. LOL. Das heißt, wir müssen irgendwie so mit diesen Custom Shapes hier unten so einen Wagen bauen, der dann da rüber rollt. What? Probieren wir einfach mal aus. Ich bin ein großer, aber ich bleibe mir da jetzt nicht übrig. Okay, erst fliegt das Zeppelin und der fährt aber gleichzeitig, dann fährt er da rauf und muss er jetzt bremsen. Ich dachte, der rollt wenigstens ein bisschen oder so, aber da passiert ja gar nichts. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab actually ne Idee. Wir können vielleicht so einen kleinen Federmechanismus irgendwie bauen, der erst ausgelöst wird, wenn sich dieser Bolzen hier loslöst. Komprimieren, komprimieren. Oh. LOL. Ich meine, komplettes Chaos, aber das Prinzip, das ist schon mal fast das Richtige. Let's go. Er liegt hier richtig zusammengeschlagen in der Ecke. Zack, 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 so. Oha, 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 komm, let's go. Und ab geht die Post. Okay, eine Sache, die ich nicht bedacht habe, ist, wenn man die Verbindungen hier teilt, die einfach durch die Wand durchgehen. Das heißt, wir müssen die Mechanismus mal so ein bisschen anders bauen, aber die Idee ist die richtige. Hä, so einfach. Oh, yeah, 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 let's go, let's go. Ich hab noch eine, eine Sache geändert. Fehlt noch ein bisschen die Power. Oha, ich glaube, jetzt hab ich hier was Wildes gebaut. Jetzt hab ich hier was sehr Wildes gebaut. Nö, anscheinend doch nicht. Oh, ich glaube, ich hab noch eine zweite Five Hat Idee. Lol, was macht, ja, okay. Warum fährt es denn hier einfach rum? Ey, wenn wir damit das antreiben könnten, das wäre so verrückt. Was ist das denn? Gön, Schlitten, auf Rudolf angelehnt, Alter. Zieh den, zieh den Wagen. Nee. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ich hatte die ganze Zeit so eine Idee. Man könnte wie so ein Greifarm, kennt ihr den, wo man so so Dings macht kann und dann schnappt der so nach vorne. Junge, so ein, können wir einfach bauen. Man muss einfach so, so, so und so. Was ist jetzt? Oh, 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 ja, 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 ja. Jetzt die Federn weg. Oh, komm, gönn. Oh, ja, das Prinzip. Holy moly. Ich glaube nicht. Oh, yes. Jetzt muss ich es noch irgendwie hinbekommen. Diesen Mechanismus smart hier anzubringen. Oha, oha, oha. Ja, 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 ja. Guck mal, wie weit er schon gerollt ist. Das ist insane. Okay, okay, nice. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Ey, der Mechanismus ist genial. Ich schwöre. Und was wäre, wenn der Mechanismus hier vielleicht einfach unten am Rad ansetzen würde? Das könnte auch relativ OP sein, glaube ich. Räumen wir ein bisschen auf, damit wir den Mechanismus ein bisschen besser kopieren können. So. Zack. Okay, jetzt haben wir den freigestellt. Können den nehmen. Geht das? Ja, das geht. Okay, das ist extrem weit unten. Das ist extrem nice. Der hat auch direkt fast Kontakt zur Wand. Okay. Das habe ich nicht bedacht, dass der dann da einkracht. Dann machen wir hier nochmal so ein zweites Seil hin. Okay, das habe ich nicht bedacht, dass er dann in die andere Richtung einkracht. Machen wir nochmal ein drittes Seil hin. Yo. Habt ihr gesehen, wie viel Schwung der hatte? Damn. Warte. Der ist als erstes gerissen. Was passiert, wenn wir einfach ein Kabel dahin machen? Holy moly, das wäre so krass. Yo. Naja, aber wie heißt es so schön? Never change a running system. Wir bauen den Bombs einfach nochmal hier hinten ran. Und ab geht die Post. Oh, aber da ist Power drauf. Da ist Power drauf. Das, ey, jetzt. Vielleicht bewegen wir uns endlich in eine Richtung. Und zwar Richtung Ziel. Bitte fahr einfach da rüber. Ich nehme jetzt schon acht Stunden auf. Okay, nicht wirklich, aber. Und? Bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja. Komm, komm. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Oh, bitte fahr, bitte fahr einfach rüber. Fahr einfach rüber. Ja. Ja. Yes. Oh mein Gott. Yes. Ich habe es so lange für diese Brücke gebaut. All. Wait. Jetzt müssen wir diese Brücke nur optimieren, dass sie unter dem Bildschirm ist. Okay, ich bin jetzt einfach mal ein kleiner Cheater. Ich gucke einfach, was die anderen gemacht haben. Die dreckigen Säcke. Ja. Ja, ist doch gut. Guck mal, was ich hier gebaut habe. Habe ich mal abgeguckt. Und der kommt sogar ganz rüber. Ah, okay. Oh, das ist ganz rot. Aber kommt er weit? Ja. Wir haben es. Oh, nein. Oh, ich dachte jetzt auf den letzten Bildern. Wie kann man denn so lost sein? Hier ist noch was gebrochen, nicht Dumbo? Digga, warum wackelst du so? Oh. Ja. Jetzt sag mal. Ja. Hier geht es jetzt zum nächsten Video, wo ich das erste Level der sechsten Welt spiele. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.